Mh, lecker! Dieses Land ist für viele Köstlichkeiten bekannt. Heute ist das nächste Land für unsere Weltkarte dran und wir sind gespannt, wie viele von euch erraten, um welches Land es sich hier handelt. Außerdem, welche Farbe wird am Ende entstehen, wenn wir diese Farben miteinander vermischen? Damit ihr keine Schwierigkeiten beim Raten habt, geben wir euch wie in jedem anderen Misch-Video einige Hinweise zu der entstandenen Farbe. Es ist ein erdiges Braun entstanden und der Name des entstandenen Farbtones heißt genauso wie der Monat des Frühlings. Es handelt sich um folgenden Farbton. Mai 35. Nun wird das Land, was ihr in den Kommentaren entscheiden dürftet, mit der entstandenen Farbe ausgemalt. Dieses Land ist bekannt für ihre leckeren Waffeln und exklusiven Schokolade. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, um welches Land es sich handelt. Außerdem, welches Land als nächstes?